Martin, ich bin schon so aufgeregt. Morgen ist schon der 24. Dezember. Sag mal, was machst du da eigentlich? Ach, Steffi. Weißt du, ich habe neulich noch mal die vierte Episode von Star Wars gesehen. Und da erzählt der Obi-Wan doch, dass die Macht die ganze Galaxie durchdringt und sie zusammenhält. Und neulich habe ich auch diese 24-Doku gesehen über dunkle Materie. Und die dunkle Materie macht ja quasi das gleiche. Also muss die Macht die dunkle Materie sein und sie existiert wirklich. Und gerade versuche ich sie zu kanalisieren. Und zwar in dem ich diese Tasse hochhebe. Mit der Kraft meiner Gedanken. Äh, ja, wird bestimmt funktionieren. Nein, ich würde jetzt gern richtige Physik machen und deshalb würde ich vorschlagen, wir gehen in das neue Türchen. Okay, aber nur wenn du mir versprichst, dass das Türchen mal nie die Kräfte steigert. Ja, bestimmt. Komm. Von Martin, ist das dein Ernst? Minno. Minno. Martin, ich glaube, das ist der Grinch. Der Grinch? Nein, das ist Yoda. Aber ich habe eben das Gefühl, der ist mir schon mal bediegnet. Gegrüßt ihr seid. Es ist uns eine Ehre, Meister Yoda. Hi. Euch zu sehen, mein Herz aufs Wärmste erfreut. Was für euch tun, ich kann. Wir hatten eigentlich gehofft, ein kleines Experiment hier zu sehen. In der Tat, ein Experiment ich euch zeigen kann, aber viel zu lernen ihr noch habt. Hier, wir haben Vakuumpumpe und nun, ich werde euch demonstrieren, wie ein Kuss über sich hinaus wachsen kann. Bis zum nächsten Mal. Wow, hast du dafür die Macht genutzt? Dummheit stark, ich in dir spüre. Macht nichts zu tun damit hat. Luft uns überall umgibt. Druck, sie üben aus auf uns. Doch durch Vakuumpumpe Luft herausgesogen wurde. Nur wenig Luft in Glocke übrig dann bleibt. Und so auch wenig Druck und Kuss aus Schoko kann wachsen. Das ist ja cool. Kann ich das auch mal versuchen? Tue es oder tue es nicht. Es gibt keinen Versuch. Aber klein anfangen, du musst. Hier, du kannst lernen, über Padawan. Luft heraussaugen, du musst. 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 Ich bin das Wissen stark in dir ist. Ich bin beeindruckt, ich bin. Ja, das wäre echt nicht schlecht. Das können wir jetzt immer machen, wenn es ein normaler Schokolade zu klein ist. Aber können wir jetzt auch welche zum Essen haben? Das sind nicht die Süßigkeiten, die ihr sucht. Das sind nicht die Süßigkeiten, die wir suchen. Möge die Macht mit euch sein. Möge die Macht mit dir sein. Schnauze voll ich jetzt hab. Schnauze voll ich jetzt hab.